Wenn du heute Morgen aufgestanden bist, dann herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft! Ganz ehrlich, ich finde, wir können uns hin und wieder mal selbst auf die Schulter klopfen, wenn wir morgens überhaupt aufstehen, weil das Leben kann manchmal so schwierig und unmotivierend sein. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber es gibt immer wieder Tage, wo ich am liebsten liegen bleiben möchte. Und ja, die Decke über meinen Kopf ziehen will. Doch dann wiederum stehe ich trotzdem auf, ziehe mich an, mache mich zurecht und versuche das Beste aus dem Tag zu machen. Wir gucken immer auf nur die großen Errungenschaften, sei es im Job oder eine Gehaltserhöhung. Aber ich finde auch, wenn man morgens sich aus dem Bett wagt, das ist auch eine große Errungenschaft. Vielleicht denkst du, das ist keine besondere Sache, aber doch, das ist eine besondere Sache. Weil wenn du morgens trotzdem aus dem Bett steigst, obwohl das Leben so enttäuschend, anstrengend, schwierig, ermüdend und sonst blablabla sein kann, das zeugt von sehr, sehr viel Stärke. Also, mach weiter so, steh morgens trotzdem auf. Und es ist zwar nicht immer einfach, einen neuen Tag zu meistern, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, du weißt ja nie, wie ein Tag sich entwickeln kann. Also, steh weiter morgens auf.